Ja, das ist doch was Besonderes. Luca frisst aus einem Näpfchen. Und was ist da drinnen? Luca. Katzenfutter. Und zwar Miamor, Huhn und Schinken. Versehentlich habe ich ihm das Schälchen, was für die Katzen gedacht war, hingestellt. Und begeistert hat er es gefressen. Super. Schau, Luca. Ja, fein. Ja, schmeckt es viel. Ja, es schmeckt. Katzenfutter für Luca. Super. Da kann er ganz selbstständig aus einem Näpfchen fressen. Sonst geht es nur aus der Hand. Herr Luca, ist gut. Er liebt es.